Es ist eines der wenigen Unternehmen auf der ganzen Welt, die Textilien nach China exportieren. Weitere Abnehmer sitzen in den USA, in Hongkong und auch in Deutschland. Die Firma Allergo Natur aus Hageno produziert am Standort eine besondere Bettwäsche. Diese besitzt eine Antimilbeneigenschaft, hat zehnjährige Garantie und ist für Allergiker, Menschen mit Neurodermitis und anderen ähnlichen Leiden bestens geeignet. Wir sind, glaube ich, einer der einzigen, wenn nicht der einzige Produzent, der Textilien nach China exportiert, statt umgekehrt. In der Regel kommen unsere Textilien von dort, aber Allergo Natur in Kaisings sind in China gefragt, wegen der Qualität, die hier am Standort in Hageno produziert wird. Ein guter Grund für die IHK zu Schwerin, die aktuelle Sitzung des Gesundheitswirtschaftsausschusses nach Hageno zu verlegen. Solche Unternehmen wie Allergo Natur sind für die Region ganz wertvoll und brauchen Unterstützung. Wir versuchen natürlich für das Unternehmen die Bedingungen hier vor Ort, aber auch zum Beispiel die Infrastruktur, alles was es an steuerlichen Rahmenbedingungen, Gewerbesteuer, wird ja gerade diskutiert, gibt es in der Region, so zu verbessern, dass die Unternehmen hier auch langfristig erfolgreich sein können. Das Geschäftsmodell von Allergo Natur beinhaltet auch soziale Züge. Menschen mit Behinderung bekommen hier einen festen Arbeitsplatz und arbeiten Hand in Hand mit Gesunden. Einen wesentlichen Problemschwerpunkte gibt es trotzdem, ebenso im Gesundheitsbereich. Die Probleme, die wir sehen als Hilfsmittelerbringer bzw. als Produzent mit einem Standort hier in Deutschland, sind nach wie vor die Preise, die die Krankenkassen bereit sind, für diese Produkte zu bezahlen. Auch von anderen Vertretern der Gesundheitsbranche wird die Politik aufgefordert, das Problem zugunsten der hiesigen Unternehmen zu lösen. Der Bundestag beschäftigt sich mittlerweile mit diesem recht komplexen Thema. Da hat die Politik nur bedingt Einfluss drauf, weil es muss natürlich auch sichergestellt werden, dass die Produkte, die in dem Katalog aufgeführt werden, zum Beispiel im Heil- und Hilfsmittelkatalog, dass diese auch eine Wirkung empfalten, einen Nutzen bringen für Patientinnen und Patientinnen. Chinesen kaufen gerne Bettwäsche made in Germany, wenn diese von Allergo Natur hergestellt wird. Das Unternehmen aus Hagenow erobert die Welt und zählt auf vielfältige Unterstützung zu Hause.